Wien gliedert sich politisch in 23 Wiener Gemeindebezirke. Von den Wienern werden die Bezirke entweder mit ihren Namen oder mit ihren Nummern bezeichnet. Diese Nummern befinden sich auf jedem Straßenschild vor dem Straßennamen und bilden auch die zweite und dritte Stelle der Postleitzahl. Im Dialekt wird manchmal anstelle der Bezeichnung Bezirk auch IEP oder bei Bezirken mit Zehnte auch Zehner, der Siebzehner, verwendet. Zum Begriff des Gemeindebezirks und Bezirksteils. Der Wiener Gemeindebezirk ist nicht mit dem Begriff des politischen Bezirks der sonstigen österreichischen Verwaltungsgliederung vergleichbar, der einen Amtsbereich einer Bezirkshauptmannschaft mit etlichen Gemeinden darstellt. Die Gemeinde Wien steht als Statutastatt im Range eines politischen Bezirks. Die Gemeindebezirke werden einer Ortschaft vergleichbar gesehen. So wie in manchen Gegenden Ortsvorsteher als lokale Vertreter des Bürgermeisters amtieren, werden Gemeindebezirke von Bezirksvorstehern geführt. Die Bezirke werden weiter in Bezirksteile untergliedert. Sie haben zum Teil historische Bedeutung. In den Innenbezirken sowie im 20. sind es die Vorstädte, aus denen 1850 diese Bezirke gebildet wurden. In den Außenbezirken sind Bezirksteile in der Regel die Orte, aus denen die Bezirke entstanden sind und mit den Katastralgemeinden des Grundbuchsteckungs gleich. Für neu entstandene Bezirksteile wurden gelegentlich Namen zuerst privatwirtschaftlich angewandt und später auch amtlich benutzt. Geschichte Die ursprüngliche Stadt Wien bestand nur aus dem von den Stadtmauern umgebenen Gebiet, heute der Großteil des 1. Bezirks der inneren Stadt. Ab dem 15. Jahrhundert erfolgte auch vor der Stadtmauer eine intensivere Besiedlung. Am Beginn der Türkenbelagerung 1529 wurden die mittelalterlichen Vorstädte niedergebrannt, um dem Feind keine Deckung zu bieten. Die später entstandenen neuzeitlichen Vorstädte waren rechtlich der jeweiligen Grundherrschaft unterstehende Ortschaften. 1683 wurden die Vorstädte bei der zweiten Türkenbelagerung erneut stark in Mitleidenschaft gezogen. 1704 wurde im Bereich des heutigen Gürtels der Linienwald zu ihrem Schutz errichtet. 1848-49 wurden die grundherrschaftlichen Rechte abgelöst, die Ortschaften zu Gemeinden. Zwei des provisorischen Gemeindegesetzes 1849 bestimmte Vorstädte haben mit der eigentlichen Stadt eine einzige Ortsgemeinde zu bilden. 1850 wurden die Stadt und 34 Vorstädte daher zusammengeschlossen. Die Stadtmauer wurde erst ab 1858 demoliert. Die früheren Vorstädte wurden in die Bezirke 2 bis 8 eingeteilt. Durch Teilungen entstanden später zehn Bezirke. 1861 wurde der fünfte Bezirk vom vierte Bezirk abgetrennt. Dadurch wurden die Bezirke 5 bis 8 zu den Bezirken 6 minus 9. 1874 wurden die außerhalb des neu konzipierten Gürtels gelegenen Teile des vierte und fünf Bezirks zum zehnte Bezirk zusammengefasst. Außerhalb des Linienwalds befanden sich die sogenannten Vororte, die teilweise, wie zum Beispiel Wering, bereits zu kleineren Städten herangewachsen waren. Da der Linienwald eine Steuergrenze war, an der Einfuhren in die Stadt und die Vorstädte der Verzehrungssteuer unterworfen wurden, war das Leben in den Vororten deutlich billiger. Aus diesem Grund und weil einige Vororte längst zu selbstbewussten Gemeinden geworden waren, die ihre Autonomie durchaus schätzten, zogen sich die Verhandlungen zur Eingemeindung ca. Jahre hin. 1890 bis 1892. 1904 bis 1906 vororte ein Gemeindet erst als Kaiser Franz Josef bei der Eröffnung des Türken Schanzparks in der Gemeinde Wering 1888 eine vermutlich von seinem K.K. Ministerpräsidenten und Jugendfreund Eduard Tafel inspirierte aufsehenerregende Rede über die erhoffte baldige Beseitigung der physischen Grenze der Vororte hielt, wurde das Vorhaben entscheidungsreif gemacht. Am 19. Dezember 1890 wurde das Niederösterreichische Landesgesetz über die Eingemeindung von 34 Vororten und die Einteilung der Stadt in nunmehr 19 Bezirke beschlossen. Am 1. Jänner 1892 hatten die magistratischen Bezirksamter der neuen Bezirke 11 bis 19 und die anderen angepassten Verwaltungsstrukturen in Wirksamkeit zu treten. 1900 wurde der 20. Bezirk vom 2. abgetrennt. Ende 1904 mit Landesgesetz beschlossen, wurde die auf der östlichen Donauseite gelegene Großgemeinde Floretsdorf mit fünf weiteren Gemeinden und einigen Gemeindeteilen 1905-1906 als 21. Bezirkteil von Wien. Das neue Bezirksamt für den 21. Bezirk nahm am 1. Jänner 1906 den Betrieb auf. Bis dahin hatte sich Wien nur im 2. Bezirk, der bis 1938 bis zum ehemaligen Haupttarm des Stromes der Alten Donau, reichte, auf das linke Donauufer erstreckt. 1938 zu 97 Gemeinden eingemeindet. Nach dem Anschluss im Jahr 1938 wurden durch Beschluss der Reichsregierung vom 1. Oktober mit Wirkung vom 15. Oktober 1938 und 397 niederösterreichische Ortschaften eingemeindet. Damit wurde Wien mit einer Fläche von 1.124 Quadratkilometer zur flächengrößten deutschen Stadt. Das Ausmaß der Eingemeindungen galt bis zum Inkrafttreten der 1946 beschlossenen Gebietsänderungen im Jahr 1954 und führte zur Bezeichnung Groß Wien. Dieses war in 26 Bezirke gegliedert. Neue Bezirke waren 14. Bezirk Penzing. Der frühere 14. Bezirk Rudolfsheim wurde mit 5 Haus vereint, der frühere 13. 2 geteilt und erweitert. 22. Bezirk Groß Enzersdorf 23. Bezirk Schwächart 24. Bezirk Mödling 25. Bezirk Lesing 26. Bezirk Kloster Neuburg Die Orte Breitenfurt, Lab im Walde, Pechtoldsdorf, Wösendorf und Hendersdorf blieben nicht beim Bezirk Mödling, sondern wurden dem 25. Bezirk Liesing zugeschlagen. Die neuen Außenbezirke wurden als Landbezirke mit den Randgemeinden bezeichnet. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde im Juni 1946 in Wien, in Niederösterreich und im Nationalrat verfassungsgesetzlich beschlossen, einen Großteil der Eingemeindungen rückgängig zu machen. Doch scheiterte das Inkrafttreten der diesbezüglichen Gesetze am Widerstand der sowjetischen Vertreter im Kontrollrat. Daraufhin entstand folgender Kompromiss. Die Bürger dieser Bezirke durften Mandatherr für den niederösterreichischen Landtag wählen, diese hatten aber dort kein Stimmrecht. Andererseits verblieben die Randgemeinden in Wien und unter Wiener Verwaltung, hatten aber keine Vertretung im Wiener Gemeinderat. 1954 stimmten auch die sowjetischen Vertreter der Besatzungsmächte der Wiederausgliederung vieler Randgemeinden zu, Die 1946 beschlossenen Gesetze wurden kundgemacht und traten am 1. September 1954 in Kraft. Zu dieser Zeit hatten sich die Bürger vielfach aber schon an die Zugehörigkeit zu Wien gewöhnt. Wien selbst warb auch um ihr Verbleiben im Stadtverband. Es fanden so gar nicht offizielle Volksabstimmungen statt, wie in Mötling und Kloster Neuburg. Die bereits 1945-1946. getroffene politische Entscheidung blieb aber aufrecht. Nur Teile des 22. und 25. Bezirks und etliche Orte am Stadtrand verblieben somit bei Wien. 80 Ortschaften kamen nun wieder autonome Gemeinden zurück zu Niederösterreich. Wien verlor dadurch zwei Dritte seiner Fläche, die nunmehr 415 Quadratkilometer betrug. Relikte von Groß Wien sind heute noch bei Strom, Gas und Telefon sichtbar. Die Stromversorgung der Randgemeinden erfolgt größtenteils nach wie vor durch Wien Energie und nicht durch EVN. Kledering, Mauerbach, Pechtholzdorf, Schwächart, Wösendorf und andere Randgemeinden bilden nach wie vor einen Teil des Wiener Telefonnetzes mit der Vorwahl 01 Bezirke und Bezirksteile. Da sich das heutige Stadtgebiet durch zahlreiche Eingemeindungen ehemaliger Vorstädte und Vororte ergab, findet man deren Namen und die Namen einstiger Orte noch immer auf dem Stadtplan. Bis heute bestehen in einigen Teilen der Stadt baulich sowie mental abgrenzbare Nachbarschaften bzw. Wohngegenden, Viertel- oder Quartiere, ortsüblich Grätzle genannt. Besonders deutlich sichtbar ist dies in den Außenbezirken, wo sich oft die traditionellen Ortskerne erhalten haben. Die Bezirke 1 bis 29 gelten als Innenbezirke. Alle anderen, insbesondere die Bezirke 10 bis 19, werden als Außenbezirke bezeichnet. 21., 22. und 23. Bezirk werden auch als Randbezirke bezeichnet. Im Laufe der Jahrzehnte wurden Bezirksgrenzen nicht nur 1938 geändert. So gelangte zum Beispiel der Teil der Alservorstadt südlich der Alsastraße 1850 Teil des heutigen 9. Bezirks 1862 zum 8. Bezirk. In den am westlichen Gürtel gelegenen Bezirken wurden 1905 Bezirksgrenzen, die noch aus der Zeit des Linienwalds in Parallelgassen verliefen, an den Gürtel verlegt. Der Exerzierplatz schmelzt, dessen unverbauter Rest sich heute im 15. Bezirk befindet, zählte einst zu drei anrainenden Bezirken. Der Ort Albarn an der Donau musste aus besatzungsrechtlichen Gründen 1954 und 1956 den Bezirk wechseln. Die Grenze zwischen einundzwanzigste und zweiundzwanzigste Bezirk wurde 1954 großräumig nordwärts verlegt. In den letzten 30 Jahren erfolgten kleinere Grenzverschiebungen, um Infrastruktureinrichtungen wie den Naschmarkt einem Stadt zwei Bezirken zuordnen zu können. Obwohl er die wenigsten Einwohner hat, zählt der erste Bezirk mit 100.745 Beschäftigten die meisten Arbeitnehmer. Grund für diese hohe Arbeitsplatzdichte ist einerseits der Tourismus, der die Geschäftsstraßen und Gassen belebt. Andererseits die gute Erreichbarkeit im Zentrum der Stadt. Für viele Firmen speziell im Dienstleistungsbereich ein wichtiger Standort und Prestigefaktor. Die Donaustadt, der 22. Bezirk, ist der flächengrößte und nach Einwohnern zweitgrößte Bezirk. Er umfasst 10.231 Hektar Fläche und 165.265 Einwohner. Aufgrund der großen Fläche zählt die Donaustadt allerdings auch zu den am dünnsten besiedelten Bezirken. Einzig der 13. Bezirk im Westen der Stadt Hietzing weist mit 1.348 Personen eine noch geringere Bevölkerungsdichte auf. Weil der fast unbesiedelte Leinsatiergarten zum Bezirk gehört, die kleinste Fläche besitzt der 8. Bezirk die Josefstadt. Da auf den nur 1,09 Quadratkilometer allerdings 23.930 Personen wohnen, ergibt das die zweithöchste Einwohnerdichte der Stadt. Eine noch höhere Einwohnerdichte gibt es im 5. Bezirk, Margareten. Auf 2 Quadratkilometer Fläche leben dort 53.071 Personen, was mit 26.390 Personen alle anderen Bezirke der Stadt übertrifft. Liste der Wiener Gemeindebezirke Beim Anführen von Bezirksnamen in Texten ist zu beachten, dass die Namen des 1., 2., 3., 4., 8., 20. und des 2. und 20. Bezirks weiblich sind und mit Artikel genannt werden. Die Namen des 7. und des 9. Bezirks hingegen männlich und ebenfalls mit Artikel genannt werden. Alle anderen Bezirksnamen werden ohne Artikel zitiert. Politik Bezirksparlament Jedes Bezirks ist die Bezirksvertretung. Deren Wahlen gleichzeitig mit den Gemeinderatswahlen erfolgen, ihr einzelnes Mitglied wird als Bezirksrat bezeichnet. Bei den Bezirksvertretungswahlen sind seit 1995 auch ständig in Wien lebende Bürger anderer EU-Mitgliedstaaten wahlberechtigt. Repräsentant eines Bezirks ist der gewählte Bezirksvorsteher. Er wird immer von der bei den Bezirksvertretungswahlen stimmenstärksten Partei gestellt, einer seiner beiden Stellvertreter ebenfalls. Der zweite Stellvertreter gehört der zweitstärksten Partei des Bezirkes an. Derzeit stellt die FPÖ den Bezirksvorsteher im 11. Bezirk In den anderen 16 Bezirken wird der Bezirksvorsteher von der SPÖ gestellt. Bezirksvertretung und Bezirksvorsteher haben ihren Sitz jeweils in einem Amtsgebäude im Bezirk. Die magistratischen Bezirksamter befinden sich jeweils ebenfalls in dem Bezirk, für den sie zuständig sind. Ausgenommen sind der vierte, der sechste, der achte und der vierzehnte Bezirk, die mit dem fünfte bzw. siebte bzw. erste bzw. dreizehnte Bezirk ein gemeinsames, dort angesiedeltes Bezirksamt haben. Die MBAS sind nicht den Bezirkspolitikern unterstellt, sondern dem Magistratsdirektor, da sie als Dependants des Magistrats der Stadt Wien bzw. des Amtes der Wiener Landesregierung fungieren. 2002 hat der Wiener Landtag das Wahlrecht bei den Bezirkswahlen auch auf Nicht-EU-Bürger, die mindestens fünf Jahre in Wien ihren Wohnsitz haben, ausgedehnt. Diese Regelung wurde jedoch 2004 aufgrund einer Beschwerde der FPÖ und der ÖVP vom Verfassungsgerichtshof wieder aufgehoben, bevor sie zur Anwendung gelangt wäre. Der Gemeinderat hat den Bezirken im Sinn der Dezentralisierung Finanzmittel zur autonomen Verwendung zugeteilt, zum Beispiel zur Erhaltung der Pflichtschulen, der Verkehrsflächen und der Parkanlagen. Weiters sind die Bezirke in wichtige Vorgänge der Stadtplanung, der Verkehrsorganisation und des Bauwesens eingebunden. Entscheidungen dazu hat jeweils die Bezirksvertretung oder der von ihr damit beauftragte Ausschuss zu treffen. Als zweite Instanz fungiert der Gemeinderat bzw. der zuständige amtsführende Stadtrat.